Musik In dieser Hütte soll es also beginnen. Unser Abenteuer in der nordnorwegischen Einsamkeit bei bitterkalten minus 20 Grad. Hier oben, weit hinter dem nördlichen Polarkreis, wo die Sonne im Winter nicht mehr über den Horizont ragt, wo die Dunkelheit den Tag bestimmt, wo Schlittenhunde über die verschneiten Felder laufen, wo Nordlichter am Himmel tanzen, wo Wale im eiskalten Meer nach Heringen jagen. Hier wollen wir bleiben. Wir wollen so lange bleiben, bis die Sonne im neuen Jahr wieder zurückkommt. Wir wollen am eigenen Leib erfahren, wie wir mit der Dunkelheit, der Einsamkeit und der Kälte zurechtkommen und welche Hürden ein Leben unter diesen extremen Bedingungen mit sich bringt. Musik Die Anreise zu unserer Hütte beginnt in Oslo. Hier haben wir unsere Radreise rund um Skandinavien beendet. Genau auf dieser Reise ist auch der Traum vom hohen norwegischen Norden entstanden. Als wir im Sommer zum Nordkap fuhren, stellten wir uns vor, wie es wohl wäre, einen ganzen Winter hier zu verbringen. Und jetzt, nur wenige Monate später, sind wir kurz davor, diese Vorstellung mit der Realität zu tauschen. Well done. Well done. Ja, jetzt müssen wir die Räder einpacken. Unsere Fahrräder. Sie nehmen wir mit in den Norden. Vermutlich werden sie die einzige Möglichkeit sein, unsere neue Umgebung zu erkunden. Musik Wir fliegen von einem herbstlichen Oslo in die tief-winterliche Stadt Tromsø. Musik Es ist bereits dunkel, die Wege sind vereist und wir beschließen, eine Nacht hier zu bleiben. Musik Mit dem öffentlichen Bus, der nur dreimal pro Woche in unsere Region fährt, setzen wir die Reise fort. Dann wird es langsam real. Nach zwei Stunden Busfahrt lässt uns der Busfahrer mitten im Nirgendwo aussteigen. Hier sollen wir also bleiben. So ganz allein. Musik Wir haben uns gerade auf den Weg gemacht, um die Gegend zu erkunden. Und es ist einfach so arg. Wir gehen da gerade an der Straße entlang, die ist spiegelglatt. Also es ist wirklich eine Eisfläche. Und wir haben in der Hütte solche Spikes. Und es funktioniert so gut. Ich habe zwar noch kein Recht, kein Vertrauen, weil der Kopf sagt, es ist eisig, du rutschst aus. Aber man rutscht nicht aus. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es hält Bombe. Und wie spät ist es jetzt? Wir müssen jetzt so halb drei sein. Ja, es ist echt. Es ist einfach früher Nachmittag. Und es ist schon so dunkel schon wieder. Heute ist der öfte November. Und am 21. November geht die Sonne nicht mehr auf. Das heißt, das sind jetzt die letzten zehn Tage, wo die Sonne noch über den Horizont kommt. Und das Wetter ist noch so schlecht, dass man von der Sonne nichts sieht. Ab und zu mal. Vielleicht ist schon die Wolken, dass es ein bisschen heller ist. Ja, und der Wetterbericht zeigt, aber die ganze Woche eigentlich eher schlecht. Ich bin gespannt, ob wir die Sonne noch mal sehen oder ob unsere Polarnächte eigentlich jetzt schon angefangen haben. Um für die bevorstehenden Polarnächte und die damit einhergehenden eisig kalten Temperaturen gewappnet zu sein, müssen wir uns gut vorbereiten. Erste Priorität hat das Feuerholz, um unsere Hütte zu heizen. Auch wenn bereits einiges an trockenem Feuerholz vorhanden ist und unsere Hütte auch mit einer Stromheizung ausgestattet ist, wollen wir den umgeknickten Baum in unserem Garten noch vor Wintereinbruch zu Feuerholz verarbeiten. Denn unser Gefühl sagt uns, dass wir uns bei minus 20 Grad nicht auf die Stromheizung verlassen sollten. Schließlich ist die Stromversorgung bei Unwetter nicht sonderlich stabil. Wir machen uns also an die Arbeit und hacken in Handarbeit die Birke zu kleinen Holzscheiten. Neben dem Feuerholz müssen wir noch wohnen. Weitere Vorkehrungen treffen. Unsere Räder müssen winterfest gemacht werden. Weil hier alle Straßen vereist sind, brauchen wir Spikes, um überhaupt fahren zu können. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, die Temperaturen sinken so tief, dass Fahrradfahren beinahe unmöglich wird. Und während wir die ersten Tage nur schlechtes Wetter hatten und die Wolken tief am Himmel an uns vorbeizogen, reißt völlig unerwartet der Himmel über uns auf. In diesem Moment spüren wir zum ersten Mal die Magie des hohen Nordens. In diesem Moment spüren wir zum ersten Mal die Magie des hohen Nordens. In diesem Moment spüren wir zum ersten Mal die Magie des das hohen Nordens. In diesem Moment spüren wir zum ersten Mal die Magie des hohen Nordens. In diesem Moment spüren wir dann auf einmal die Stiere und am Himmel und an uns auf einem ersten Mal die Magie des hohen Nordens. Es gibt in Norwegen so eine Art österreichisches Willhaben auf norwegisch, das heißt Finn. Und da verkaufen die Menschen eben gebrauchte Sachen, unter anderem auch Ski. Da haben wir uns gestern ganz, ganz günstig ein komplettes Set gekauft. Wir haben uns gedacht, das sind klassische Langlauf-Ski. Aber wie wir es dann gekauft haben, haben wir gesehen, die haben Kanten. Das sind dann Fjellski, also so Berg-Langlauf-Ski. Ich weiß nicht, was die Übersetzung ist, aber sie haben auf jeden Fall Kanten. Und man kann ein bisschen besser runterfahren als mit den normalen Langlauf-Ski. Also man hat ein bisschen einen besseren Halt. Ich werde das jetzt mal testen. Und ja, los geht's. Wir haben heute den 27.11. und heute ist der letzte Tag, wo die Sonne aufgeht. Wo die Sonne über den Horizont geht. Ja, genau. Aber man sieht ja ganz gut im Hintergrund. Die Sonne ist zwar über dem Horizont, nur es sind lauter Berge für uns im Horizont. Deswegen geht für uns die Sonne heute nicht mehr auf. Aber es ist trotzdem traumhaftes Wetter. Ja, und ein wunderschönes Licht, oder? Es ist so orange. Und vorher waren da hinten ein paar Wolken, die sind so pink angeleuchtet worden. Ja. Boah, ist echt ein Traum. Links von uns leuchtet noch der Mond. Und es liegt Schnee, es hat so minus 15 Grad oder was. Es ist richtig kalt. Ja. Ja, es ist echt so richtig friedlich und einfach so eine schöne Stimmung. Ja, es ist so ruhig, so einfach angenehm, ja. Wir genießen es sehr, diese Stille. Und es ist einfach traumhaft schön. Also ich habe ja schon manchmal zu kämpfen ein bisschen mit der vielen Finsternis. Aber wenn man dann eben so einen Tag hat wie jetzt oder so ein Wetter hat und man kann draußen sein, dann ist es schon ziemlich cool. Es ist voll wichtig, dass man eben rausgeht. Obwohl es vielleicht, auch wenn es mal schierig ist oder so, aber wir merken vorerst du, dann sind es einfach beiden richtig gut, wenn man rausgeht, die frische Luft und sich bewegt, Sport macht. Ja. Und was ja auch voll cool ist, es ist ja voll lang, diese Stimmung. Es ist nicht wie bei uns, dass man sagt, jetzt ist es gleich finster. Also wie in Österreich, wo dann die Sonne, wenn sie mal so tief ist, dass dann ziemlich schnell finster ist. So ist es ja nicht. Es ist jetzt mindestens noch ein bis zwei Stunden ist es ungefähr noch dämmerig. Also es ist nicht, es ist erst um drei Uhr finster und jetzt ist es ... Kalb eins oder so. Ja. Also es geht doch eine Zeit lang, dass man noch so Dämmerlicht hat. Und eigentlich fängt es ja um neun schon an, um zehn vielleicht. Dass es hell wird ja um neun eigentlich, ja. Ja, ja. Also es ist wirklich lang, so dämmerig. Und wenn eben gesagt, wenn einfach keine Wolken am Himmel sind, dann kommt ja wirklich nur Licht durch und dann ist es schon voll schön. Ja. Wir sind gespannt, wie das wird, weil bis 21. Dezember werden die Tage ja immer noch und noch kürzer. Sind wir echt gespannt, wie viel Licht wir dann da haben, also wie viele Stunden am Tag. Ja. Ja. Es wird spannend. Es wird spannend, ja. Wir waren wirklich jetzt gerade im Supermarkt und haben mit den Supermarktbetreibern ein wenig crushed, weil wir das halt immer machen. Und sie sagen uns so, ja passt halt auf, dass euch eine Wasserleitung nicht zugefriert. Und wir sagen, nein, das ist eh, wir hatzen ja eh und wir haben immer Wasser und kein Problem. Ja, weil bei allen anderen ist es schon eingefroren und so, wir sagen, nein, bei uns ist da nichts und so. Und jetzt gehen wir vom Supermarkt zurück und versuchen das Wasser anzumachen. Ja, da geht nichts mehr. Es ist eingefroren. Es hat ungefähr minus 20 Grad draußen. Seit, wie würde ich sagen, seit einer Woche hat es minus 20 Grad, so untertags. Also in der Nacht wird es sicher gehört da. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, war es noch kein Problem mit dem Wasser, aber jetzt müssen wir mal, wir wollten gerade Spaghetti kuchen, wir haben kein Wasser. Jetzt gehen wir mal in den Garten und füllen den Dupfen mit Schnee an. Ein bisschen Schnee ist noch da. Ich lasse. Jetzt kommen wir mal wieder. Füllen, mein geste, braun. Amrió. Also ist jetzt genau von den fünf Litern, ist jetzt genau ein Liter übergeblieben. Jetzt haben wir gerade noch eine Nachricht gekriegt, eine SMS, dass das Problem nicht nur bei uns im Haus ist oder bei unseren Nachbarn, sondern im ganzen Bezirk. Das heißt, es hat kein Wasser, es hat ungefähr, also ich weiß nicht, wie weit das jetzt, weitläufig das jetzt das Problem ist, aber es haben mindestens 200 Menschen oder ich glaube 200 Häuser, wo jemand drin wohnt da in der Umgebung, also in der weiten Umgebung, die jetzt kein Wasser haben. Keine Ahnung, wie es, wie das jetzt weitergeht oder was sie da machen können, aber es muss irgendwo die zentrale Wasserzufuhr komplett zugefahren sein. Die genaue Ursache für das Problem erfahren wir leider nicht. Aber nach einem halben Tag ist das fließende Wasser zurück. Während der dunklen Polarnächte fehlen uns insbesondere die sozialen Kontakte. Wir lernen in unserem winzigen Dorf dank des kleinen Supermarktes ganz wunderbare Menschen kennen und trotzdem können wir in so kurzer Zeit kein enges soziales Umfeld aufbauen. Für mich wird diese Abgeschiedenheit Woche für Woche schwerer zu ertragen, bis der erste Besuch aus der Heimat anklopft. Reinis Eltern werden ab jetzt für drei Wochen bei uns sein. Ein wahrer Lichtblick. Stolz zeigen wir ihnen die schönsten Ecken unserer Umgebung, bestaunen gemeinsam die besondere Lichtstimmung der dunklen Polarnächte und beobachten die vielen Huskys beim Ziehen der Schlitten. Draußen hat es mittlerweile minus 24 Grad, unsere Wangen sind gefroren und weil die Tage so unglaublich kurz sind, verbringen wir viele Stunden vor dem warmen Feuer und machen es uns mit vielen kleinen Beleuchtungen in der Hütte gemütlich. Die Zeit mit meinen Eltern ist auch die Zeit für Ausflüge der besonderen Art. In der Dunkelheit der Morgenstunden ahnen wir noch nicht, was uns heute erwartet. Wir befinden uns auf einem alten Fischerboot, das uns über die raue See in die nächsten Fjorde bringen soll. Mit etwas Glück können wir dort Orcas, Buckelwale und Finnwale in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Auf der Suche nach Nahrung sind sie nämlich den Heringschwärmen bis hierher gefolgt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist jetzt Ende Jänner und seit ca. einer Woche kommt die Sonne wieder auf den Horizont. Allerdings haben wir sehr viele Berge am Horizont, deswegen dauert es natürlich ein bisschen länger bei uns, bis sie zu uns kommt. Und nur dazu haben wir die letzten Wochen nur schlechtes Wetter gehabt, nur starke Brücken und heute war es auch wieder so angesagt. Aber irgendwie, wie durch ein kleines Wunder, ist heute schönes Wetter und es ist einfach, man könnte nicht heulen von Freude, dass die Sonne wieder da ist. Sie schaut zwar jetzt hinter mir aus, als wäre sie schon über den Berg, aber sie ist noch immer eine Spur dahinter. Aber trotzdem, es sind einfach die Berge rund um uns schon angeleuchtet und es ist so traumhaft. Es ist gerade wie Frühlingserwachen bei minus 10 Grad und 1 Meter tiefem Schnee. Also irgendwie total verrückt. Wir haben jetzt wirklich über 60 Tage die Sonne nicht mehr gesehen. Und zugegeben, es war nicht einfach. Also wir haben wirklich schwere Phasen gehabt, weil es einfach sehr viel dunkel war und sehr viel schlechtes Wetter. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann ist es gleich nochmal dunkler. Ja, und es schlägt einfach aufs Gemüt. Das kann man nicht verleugnen. Und ja, ich meine, wir haben wirklich eine traumhafte Zeit bis jetzt da gehabt. Aber wie gesagt, es war nicht nur traumhaft und nicht nur einfach, sondern es war eben auch schwer und deswegen fühlt sich gerade dieser Moment der ersten Sonne so wahnsinnig gut an. Auch wenn es sich noch nicht so da ist, dass wir schon Schatten werfen, weil wir werfen halt immer nur keinen Schatten. Wir haben jetzt seit 60 Tagen keinen Schatten geworfen. Klingt komisch, fühlt sich aber auch komisch an, muss ich sagen. Die Sonne bekommen wir auch am nächsten Tag nicht zu sehen. Stattdessen entdecken wir ein Phänomen am Himmel, von dem wir noch nie zuvor gehört haben. Von unserer Hütte gehen wir hinunter zum Fjord, um die seltene Naturerscheinung genau beobachten zu können. Polare Stratosphärenwolken. Aufgrund ihres Aussehens werden sie aber auch Perlmutwolken genannt. Sie können nur bei minus 80 Grad in der Stratosphäre entstehen und die Sonne muss knapp unter dem Horizont stehen. Schon unglaublich, wie viele Naturphänomene man hier im hohen Norden beobachten kann. Weil wir die Sonne nun endlich zu Gesicht bekommen möchten, fahren wir mit dem Bus nach Tromsø. Vielleicht entdecken wir sie ja dort. Doch sie bleibt auch hier hinter den Bergen versteckt. Wir versuchen es mit einer Skiausfahrt. Ist die Sonne vielleicht hier zu sehen? Oh mein Gott. Wie? Morgen ist das Panorama da. Die Sonne ist da. Passt. Ein leichter Schimmer kommt bereits durch. Aber über die Berge schafft es die Sonne auch heute nicht. Morgen. Morgen aber muss es doch endlich soweit sein. Hier ist das Panorama. Ein leichter Schimmer ist der Panorama. Mit dem an den Ring. Du bist der Panorama. Nein, der ist der Panorama. Da ist ja schon. Da ist die Sonne. Das ist dein Leben. Das ist die Sonne. Da ist die Sonne. Das ist die Sonne. Untertitelедい. Wie lange ist jetzt her? Ja sicher über 60 Tage. Über 60 Tage, ja krass. Das erste Mal die Sonne wieder seit so langer Zeit. Es ist so schön. Es ist das erste Mal wieder natürliches Vitamin D, aber nicht aus der Tablette. Glaubst du, dass unser Körper bei dem schon Vitamin D produziert hat? Meiner schon, ich spüre es richtig. Wie es einfahrt. Wir sind da jetzt ein bisschen weiter oben auf so einem großen Plateau, wo normalerweise die Hundeschlitten und die Skidos fahren. Man sieht ja die Spur hinter mir. Und der Rundumblick da. Oh mein Gott, das ist echt. Da kann man sich einfach nicht so zeigen. Wenn die Sonne dann langsam in Horizont kommt und die Berggipfel so rosa einfärbt. Damit wir gemeinsam mit den Fjell-Ski durch das mystische Hinterland streifen können, hat uns unsere Nachbarin ein zweites Paar Ski geborgt. Jetzt können wir stundenlang über die gefrorenen Seen gleiten, den Spuren der Schlittenhunde folgen und bei minus 20 Grad die Wärme der Sonne genießen. Musik 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 Wir gehen da gerade wieder über einen tiefgefrorenen See, rundherum Berge, einfach nichts sonst, nur Natur. Es ist echt so traumhaft. An solchen Tagen wie heute haben wir echt das Gefühl, wir haben da unser Traumplätzchen gefunden. Es gibt natürlich ganz viele Tage, wo es wirklich schwer war im Winter, aber jetzt, seit der Sonderwiederzug ist und es so herrlichen Schnee hat, haben wir echt das Gefühl, wir haben da den perfekten Ort gefunden für uns. Jetzt sind wir schon am überlegen, ob wir nicht doch nochmal verlängern, vielleicht auch bis Anfang Mai bleiben, weil die Skisaison, die ist halt bis Mai gehen. Wenn die Sonne dann, also bei schlechtem Wetter schaut das wieder anders aus, aber momentan ist das Wetter so genial. Auch wenn das Skifahren unsere Lieblingsbeschäftigung ist, besteht unser Alltag aus viel mehr Tätigkeiten. Schon allein die Versorgung mit Lebensmitteln kann je nach Wetter zur Mammutaufgabe werden. Die allernotwendigsten Dinge bekommen wir in dem kleinen Shop in unserem Dorf, der schon längst zum Dreh- und Angelpunkt unserer sozialen Kontakte wurde. Für Großeinkäufe sind wir jedoch auf Hilfe angewiesen. Der nächste große Supermarkt ist immerhin 40 Kilometer entfernt und bei den winterlichen Verhältnissen ist man für einen Einkauf gleich einen halben Tag unterwegs. Deswegen kaufen wir jedes Mal so viel ein, dass wir unsere Taschen kaum noch tragen können. Die Zeit in der Hütte nutzen wir auch, um an unserem immer größer werdenden Projekt Subtle Stories zu arbeiten. Wir drehen YouTube-Videos zu unseren Radreisen, schreiben Blogartikel und arbeiten intensiv an der Produktion unseres ersten Online-Reisevortrags über unsere 20-monatige Fahrradweltreise. Wer sich den gern ansehen möchte, findet den Link in der Videobeschreibung. Die viele Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, nutzen wir auch, um uns neue Fähigkeiten anzueignen. Ich bringe mir bei, wie man Sauerteigbrot, Laugenbrezen und Kornspitz bäckt, Reini experimentiert mit Nordlicht-Timelapses, wir versuchen täglich etwas Norwegisch zu lernen und wir bekommen sogar die Gelegenheit zu erfahren, wie es sich anfühlt, mit Huskys Ski zu fahren. Trotz all dieser neuen Eindrücke und Beschäftigungen passiert es uns manchmal, dass uns die Decke auf den Kopf fällt. Dann hilft eine kurze Runde mit dem Fahrrad oder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch ein Tagesausflug nach Tromsö. Denn auch wenn wir die Natur und die Ruhe um uns sehr zu schätzen wissen, überkommt uns manchmal das Bedürfnis, unter die Leute zu kommen, den Trubel der Stadt zu beobachten und durch die belebten Gassen zu schlemmen. Nachdem sich Reini die letzten Wochen intensiv und mit voller Begeisterung mit dem Fotografieren beschäftigt hat, verbringt er mittlerweile fast jeden Abend stundenlang in der Eiseskälte, um Nordlichter zu fotografieren. Heute Nacht sollen die Nordlichter besonders intensiv am Himmel tanzen und das kann auch ich mir nicht entgehen lassen. Es hat minus 22 Grad. Wir haben uns ein kleines Loch gegraben, um vom Wind geschützt zu bleiben und tragen sämtliche Kleidung, die wir besitzen. Jetzt heißt es nur noch warten, bis die Show beginnt. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem heutigen Tag steht uns eine große Veränderung bevor. Denn wir bekommen nicht nur Besuch aus Österreich von jemandem, den wir noch gar nicht kennen, sondern dieser jemand wird es uns ermöglichen, einen lang ersehnten Traum zu verwirklichen. So cool. Jetzt hat der Christian aus Osttirol zu uns raufgekommen, ist ein Bergführer und hat uns im Bus unser ganzes Ski-Equipment, unser Touren-Ski-Equipment mitgenommen. Und jetzt gehen wir auf Skitour. Skitouren gehen in den menschenleeren und unverspurten Bergen Norwegens. Der Blick auf den Fjord gerichtet. Davon hat vermutlich jeder, der in den Alpen gerne Skitouren geht, schon einmal geträumt. Christian hat sich bei uns gemeldet, weil er beruflich hier hochfahren musste und hat uns kurzerhand unsere gesamte Skitouren-Ausrüstung aus Salzburg mitgenommen. Damit erfüllt er uns einen Traum. Denn so sehr wir das Skiwandern mit den Fjällschi auch genießen, eine Skitour auf die umliegenden Berge kann das niemals ersetzen. Für uns ergeben sich plötzlich vollkommen neue Perspektiven. Zum ersten Mal stehen wir am Gipfel unseres Hausberges und können die Welt von oben sehen. Zum ersten Mal stehen wir am Gipfel unseres Hausberges und können die Welt von oben sehen. Momentan sind wir aus tiefstem Herzen glücklich mit unserer Entscheidung, den Winter hier zu verbringen. Mit den Touren-Ski können wir direkt von unserer Haustüre auf den Berg gehen, hinunterwedeln und es uns danach in der Hütte gemütlich machen. Seit die Sonne zurück ist, bekommen wir immer öfter Besuch von Freunden und Verwandten und wir tun alles, um es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen. Dazu zählen auch ein Iglu und ein bequemes Schneesofa im Garten. Wir genießen es, unseren Besuchern das nordische Leben zu zeigen, mit ihnen durch den tiefen Schnee zu stapfen und sie für ein paar Tage in unseren Alltag entführen zu dürfen. delays zu überlegen, mit ihnen zu einem steuern, mega Besuch staff sein und die Welt der Truhe sch fellows anbel seemoney. Hier dacht auf der Hauptsache in unseren Sicht Und Humorb Hellen. illi Sh 서로 compact ist, was esères angeblich ist, daraufhin zu erleben. Immer wenn Universitäten angehts – Abe, ein Please essa confirmedijk themmer! In in orderfarbe ist sinn hourfall in unseres Freunden. Ich binanja undere Pillen aus sucksern, situaue. In sich welt ist die Melissa어�bodert. Ich hab dich quatrefühma für mich Tá Lesisaat ernst aber auch als tempo production. Ich machotto und michivan illuminate hier für beide Training. . approximatelyversicheracja und Groeurige Und so vergeht die Zeit. Die Tage werden immer länger, die Temperaturen steigen und wir merken, wie mit dem langsamen Frühlingserwachen in uns der Wunsch wächst, unsere Reise fortzusetzen. Wir gehen eine allerletzte Skitour, um uns von unserem Hausberg und dieser surrealen, wilden Natur zu verabschieden. Die Welt um uns beginnt sich zu verändern. Wir beobachten, wie der Schnee langsam schmilzt und das Wasser in kleinen Bächen die Straße runterfließt, bis es eins mit dem Meer wird. Wir verabschieden uns von unseren tollen Nachbarn, bringen die ausgeborgenen Langlaufski zurück und vereinbaren, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Die ersten Frühlingsboten sagen uns, es wird Zeit, unser Winterexperiment zu Ende zu bringen und die kleine, zauberhafte Hütte endgültig zu verlassen. Aus dem Flugzeug werfen wir einen letzten, dankbaren Blick auf jene Welt, die wir in den letzten fünf Monaten für uns neu entdecken dürften. Irgendwann, so nehmen wir uns fest vor, kehren wir an diesen Ort zurück. Der Bürger des Jahres 2 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020